Sherlock Holmes ist schon ein Teufelskerl. Da löst er unschaffbare Kriminalfälle, kennt den Unterschied zwischen 140 verschiedenen Arten von Pfeifen Tabak, täuscht seinen eigenen Tod erfolgreich vor und jetzt gibt er sich auch noch eine Verjüngungskur. Wobei, da helfen die Entwickler von Frogwares nach, die mit Sherlock Holmes Chapter 1 in die Jugend des Meisterdetektivs schauen und gleichzeitig ihre Detektivspielformel in eine Open-World packen, die euch mal nicht für komplette Vollidioten hält. Wir konnten in einer Demo einen Haupt- und einen Nebenfall aus dem neuen Spiel selbst lösen und uns einen Eindruck machen. Sherlock Holmes Chapter 1 zeigt einen gerade mal 21-jährigen Detektiv. Als Meisterdetektiv ist der noch lange nicht bekannt. Trotzdem hat er auch schon einiges auf dem Kasten und den ein oder anderen Kriminalfall erfolgreich ausgeknobelt. Deshalb dreht sich die Story des Spiels auch nicht um einen Auftrag, sondern um die ganz privaten Bedürfnisse von Sherlock Holmes. Der ist nämlich im Jahr 1880 auf dem Weg in seiner Heimat, der fiktiven Mittelmeerinsel Cordona. Da will er das Grab seiner verstorbenen Mutter besuchen, um sich vernünftig zu verabschieden. Bei der Beerdigung selbst war er noch ein Kind und wurde gehetzt von seinem Bruder Mycroft weggezogen, um von der Insel wegzuziehen. Vermeintlich um der Trauer zu entgehen. Zehn Jahre später stößt er beim Heimatbesuch natürlich auch gleich auf seltsame Sachen. Zum Beispiel wurde stets behauptet, Sherlock's Mutter ist eines natürlichen Todes gestorben. Nur findet er heraus, dass es eine Polizeiermittlung rund um den Tod seiner Mutter gab. Allein ist er dabei nicht unterwegs. Immer an seiner Seite ist Jonathan, kurz John, sein bester Freund, der alles mit frechen Sprüchen kommentiert. Natürlich haben wir auch sofort an den guten alten John Watson gedacht. Aber nein, das ist offensichtlich falsch. In unserer Demo wird Johns Nachname nie erwähnt und in den Originalwerken treffen sich Watson und Holmes ebenfalls erst später in ihrem Leben. Das wirkt schon etwas verdächtig. Eingebettet ist das Spiel in einer Open World. Ja, auch Frogwares fährt jetzt auf dem Trend mit. Wer das Vorgängerspiel The Sinking City gespielt hat, dem wird auch schnell auffallen, dass das vermutlich der Testballon für die Entwickler war. Da konnte man schön rum experimentieren. Für die wichtige Hauptserie verfeinert man das jetzt. Vor allem aber der Anspruch ist wieder mit dabei. Frogwares ist ja ein bisschen rebellisch und hat einen Gegenentwurf zu aktuellen Open-World-Trends auf Lager. Denn Sherlock Holmes hält seine Spieler nicht für Deppen und baut keine großen Hilfen ein. Riesige Frage- oder Ausrufezeichen gibt's nicht, ihr müsst euer Ziel selber finden. Wir haben beispielsweise den Hinweis bekommen, der Ort des Verbrechens ist Knights Road, Ecke Trinity Way. Und mit der Ansage geht's dann auf die Karte des Spiels. Da müssen wir dann Straßennamen studieren und uns dann den richtigen Ort markieren. Das ist tatsächlich echt angenehm, wenn uns ein Spiel mal nicht für komplette Vollidioten hält und uns auch mal nachdenken lässt. Das führt aber auch zu Problemen. An dieser Stelle hier waren wir auf der Suche nach einer Veranstaltung. Die wird auf dem Schild hier beworben. Nur dachten wir halt, aha, okay, das Schild steht an der Treppe. Vermutlich müssen wir hoch. Dabei ist der richtige Eingang der hier hinten. Frogwares macht sich die Open-World-Aufgabe also schwerer als seine Genre-Kollegen. Ohne Interface-Hilfe müssen die Level-Designer besser darin sein, subtile Hinweise in die Spielwelt zu setzen. Sonst rennt man halt schnell mal am Ziel vorbei. Vor allem, weil man als Spieler ja eher über die Kopfnüsse nachdenkt, die einem das Spiel auftischt, als über den richtigen Weg. Fünf Hauptquests und über 30 Nebenaufgaben stecken in Sherlock Holmes Chapter 1. Unser größter Fall in der Demo war gleich in dem Hotel, in dem wir unsere erste Nacht auf Corona verbringen. Dort wird eine Seance, also eine Geisterbeschwörung, abgehalten. Natürlich geht die schief und am Ende gibt's eine gebrochene Nase, einen Todesfall und einen gestohlenen Diamanten. Sherlock Holmes hat ja ein Talent dafür, in solche Situationen einfach reinzuschlittern. Während wir jetzt den Tatort untersuchen und die Zeugen befragen, ploppen im Tagebuch Hinweise auf. Wählen wir einen von denen an, können wir NPCs gezielt danach fragen. Obendrauf machen wir Minispiele oder verkleiden uns auch. Da wird sogar sehr großer Wert draufgesetzt. Wollen wir uns zum Beispiel am Hafen rumtreiben, müssen wir natürlich auch aussehen wie ein abgerissener Hafenarbeiter, sonst lachen uns alle aus. Haben wir alle Hinweise gesammelt, rekonstruieren wir den Tathergang, indem wir in einer Visualisierung die richtigen Personen an die richtigen Stellen sortieren. Außerdem fügen wir im Gedankenpalast unsere verschiedenen Vermutungen zu einer Schlussfolgerung zusammen. Das kennt man so auch schon aus The Sinking City. Aber Vorsicht! Sherlock ist ja noch kein Meisterdetektiv. Deshalb passieren ihm damit auch mal ein paar Fehler. Das reicht vom falschen Einschätzen einer Person bis zur falschen Anschuldigung. Zusätzlich konnten wir auch entscheiden, ob wir den Täter verhaften oder laufen lassen. Das läuft natürlich auch unter dem Mantra, die Spieler sind keine Deppen und sollen selbst entscheiden. Muss ich halt nur zeigen, wie stark sich die Entscheidung dann am Ende auswirkt. Das Thema Kampf wird zurückgefahren, ganz ohne soll's aber nicht auskommen. In unserer Demo fehlte das aber komplett. Die nervigen Ballereien aus The Sinking City scheinen aber Vergangenheit zu sein. Sherlock Holmes Chapter 1 will sich wieder stärker auf spannende Kriminalfälle konzentrieren, bei denen die Gewalt ja meistens schon vorbei ist. Technisch setzt Frogwares wieder auf die Unreal Engine 4. Die hatten sie sich bereits für The Sinking City angepasst. Wer jetzt aber Cthulhu Flashbacks an die düsteren und auch etwas langweiligen Orte von Elokment hat, kann sich wieder hinsetzen. Die Insel Cordona liegt im sonnigen Mittelmeer und ist viel einladender. Mit schicken Beleuchtungseffekten wird Cordona in warme Farbtöne gehüllt und die viktorianische Gestaltung hat richtig Stil. Trotzdem ist nicht alles rosig im Sherlock-Land. NPCs ploppen zwar nicht mehr nervig auf oder verschwinden, wenn man sich mal kurz umdreht. Dafür sind sie weiterhin in steifen Animationen gefangen. Vor allem bei den Gesichtsanimationen muss Frogwares noch mal ran. Wenn uns jemand wütend anschreit, das Gesicht uns aber nur ausdruckslos anschaut, dann ist das halt ein fetter Stimmungskiller. Was hier in einem Detektivspiel möglich wäre, das hat uns L.A. Noire schon vor über 10 Jahren gezeigt. Die Spielwelt fühlt sich belebt an, ist aber bisher nur schöne Kulisse. Frogwares hat uns aber versichert, dass man die Open-World mit interessanten Aufgaben füllen will, die haben nur in der Demo noch gefehlt. Da muss ich also noch zeigen, ob es zusätzliche Anreize gibt, einfach mal so durch Cordona zu schlendern. Das könnt ihr auch noch dieses Jahr machen. Sherlock Holmes Chapter 1 soll noch 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X und S kommen. Was findet ihr an Sherlock Holmes selbst am spannendsten? Seine Kombinationsgabe oder doch eher das latent durchgeknallte? Schreibst du einfach mal in die Kommentare, lasst uns außerdem gern ein Like und ein Abo da und für alles Wichtige aus der Welt der Videospiele. Klickt pcgames.de!